Oh, was bist du denn Schönes? Wie können die da... Ach, Ratte! Ratte! Ratte Freistoß! Ratte Freistoß! Uh! Sehr schön. Ich weiß nicht, wo sie hingeflogen ist. Ah, ist was wert. Oh, wo ist das fette Teil da? Fette Fight. Hm. Passt. Das Scheiße ist nicht so fett, der Boss. Ah, Triple Dove! Oh, der schaut echt Triple Dove aus. Ich muss Abstand halten, damit ich einen Granatwerfer einsetzen kann. So, das war's mit dem. Hm, das hat Schaden gemacht. Schauen wir mal, ob wir was Explosives noch finden hier. Das mir die Arbeit ein bisschen erleichtert. Schaut nichts aus. Nur scheues Salz. Wo ist das Ding? Ich bin mir ziemlich sicher, das One-Shot hat mich. Blatt nach. Chucks, die Bestie. Okay, wie schaut das Ding aus da oben? Es klitscht. Wow. Wir sind hier für die nächsten fünf Minuten. Ja. Was wird ausgenutzt? Oh, zurückgelehnt. Oh, ich hab's hier nichts Besseres zu tun. Sonst könnt ihr wahrscheinlich fünf Minuten skippen hier. Oh. Was für ein Bosskampf. Ein Outroar, dass Fähigkeiten übertragen sich in das Spiel Rock... Nicht Rocket League. Elex. Elex. Gegner klitschen. Das kann ich gut. Ich und Chrony, den zerlegen wir aus der Distanz. Wie heißt der? Splurfbremder. Flurfbremder. Flurfbremder. Diese Fähigkeit werde ich in meinen Vorouts... Können wir Death Run in Englisch dann auch noch brauchen. Dass ich die Gegner so ausglitsche. Mal fünf Minuten, dass wir rumcampen. Augen zu. Kann das ja mit Augen zu machen. Seht ihr das? Augen zu. Easy. Easy. Die Entspannung. Jetzt ist der Bossfight ever. Unwürflich nochmal. Aber nur Chugs kann das. Taktik ist... Taktische... Taktisches Genie, haben sie gesagt. Das ist Commander Chugs. Die Bestie. Gute Arbeit, Team. Get ready for the next round. War ja nicht mal fair. War ja nicht mal fair. Hatte keine Chance. Keine Chance, Dame. Das taktische Genie von Chugs ist einfach zu groß. Das sheinerholt. osed hat ein paar Weins. Three.